und hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Battle mit dabei ist BigRamp Ach ne, es ist BigRamp Hallo, du weißt nicht mal meinen Namen, hallo Ich bin noch von... Ich trinke Bier-Schnur und du wirst... Ja, ich bin noch von Coolab gewöhnt So, wir werden... Ich bin noch kein Gezränk, Alter Das ist Felix Felix nennt sich Coolab Felix, der ist Coolab Ich will jetzt aber unseren Namen erwähnen Wir wissen das eh schon mittlerweile alle Wir spielen heute mal vier Folgen lang, also eine Stunde Gears of War 3 Auf mehrfachen Wurz von Mew Ja, er besperrt sich immer noch, dass ich Call of Duty verkauft hab und ich kein anderes Spiel mehr hab, was man... Das passt nicht Das man hier zu zweit mal spielen kann Joa, und da würde ich mal sagen, was nehmen wir denn? Versus, Horde, Bestie Dann nehmen wir... Bekämpfen Sie Welle um Welle der Locust Horde bis zu vier weiteren Korpsspielern Versus, spielen Sie Multiplayer? Nee, Bestie? Vernichten? Ja, nehmen wir das als die Bestie Privat... Schwierigkeit... Normal... Host... Spielt... Achso... Drück mal bitte... Voll... Ich... ...ix... Äh... Systeme... Lokal... Offline nur mit Spielern... Ja... ...ix... Ah... Nicht angemeldet... Ja, so bisher... Hast doch nen Gast, doch in was erkennen... Was erkennen... Richtig So, erstmal gucken. Ich hab heute mal ein bisschen was umgestellt, dass das Bildchen ein bisschen besser ist. Ich hoffe, es ist auch nicht zu dunkel. Also hoffe ich. Das sieht auch ganz schön, ne. Sieht ziemlich schön aus. Bis jetzt. Ja, das ist eigentlich in Ordnung. Man muss nur mal gucken, wie zum Beispiel bei Darkseiders ist wirklich das ganze Spiel wirklich dunkel. Ne, ist ja. Bei meinem habe ich es wirklich dunkel, dort habe ich es überall. Also manchmal verstehe ich das nicht so richtig. Aber ich bin mal gespannt, ob diese Pixel, die dann immer kommen, endlich mal wechseln. Dadurch, dass ich das jetzt umgestellt habe. Achso, ich muss noch was drücken. Warte, wenn. Sag doch mal was, ey. Ich warte hier, bis das mal losgeht. Alter, Stadt. Haben wir wohl schon lange nicht mehr gespielt. Aber was das letzte Mal? Ja, wo wir, wo ich in Seifersdorf war. Nein. Da haben wir das, das das letzte Mal, der Eifersdorf gespielt hat. Ach, das ist es. Ja, das ist das. Das haben wir dann zum letzten Mal gespielt. Sonst nie wieder. Gib dir bald neues, Gearsdorf-Rottschment. Nein. Ich bin jetzt nicht so viel so vorfällig, ich brauche das Dorf und alles. Nein. 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 Ja, wie immer die. Aber ich muss sagen, ich habe gutes Bild. Oh, ich freue mich über das. Mach mal hin, es geht los. Dann noch mal eine Minute Zeit. Hallo? Ich suche mir gerade einen Moment, oder? Ja, noch 47 Sekunden. Nach hinten, nimm das mit der Bombe. Das Wetter. Das ist immer gut. Eisern noch 47 Minuten. Ey, perdonjahrminuten. Wow. Alter. Du einllerバ께. Wer wirst? I think? Du fährst? Ich hab mich für alles 개� Jesse. Seilchen konnte Fatpen nicht mehr so ist. Ooger, überrasse Runde vorbei. Sie sind schon vorbei. Noriher meistens. wenn die Wörter sein Kontrollverfahren ist Borde wir machen kurz die Runde vorbei Sonne Gans da gab es fünf Sekunden noch dazu gewöhnen Warnungen und die Geschwindigkeit und Batterien im Papier der Vorbereitung auch durch das Thema 6 Sekunden zu hören Prozent hause wenn ich auch einmal Batterien suchen gehen wir gehen erstmal zurück zum Hauptmenü und dann wartet erst mal so morgens gleich wieder und ich doch mal wenn ich Batterien finde Lenni immer etwas anderes wir melden uns zurück ich habe auch den gefunden aus dem Duftspendor Jo und dann muss man sorgen fangen wir noch mal an aber jetzt mit anderen Korte könnte man ja nicht sagen dass man die Fischer töten musste wie bitte? könnte man ja nicht sagen dass man die Fischer töten musste ja dann kanns weh das ist cool das ist wie mit diesen Grad runter um zu rennen ja entweder du bist ein Teil schnelles gekommen kontrollieren kannst oder kaum kontrollieren das wird sonst was dort machen das ist aber noch einfacher als Crysis sowieso aber ich schlachte lieber solche Fischer ab als wie damit zu spielen ja aber das Abschlachten ist noch schwerer weil dann solche großen Königinnen und alles mögliche kommen und zu zweit ist das Gorni so einfach wir spielen erstmal so zu ruhig da kann man muss es losgehen ja ich gucke immer noch jetzt bild an okay es sind immer noch wirkslich auch das haut hin das haut hin hoch auf dem und die ganze Zeit drauf gucken wenn ich da mal gegen die Mann das was er was er kommt 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 ich bin hier und das ist so am schnellsten am an das praktisch mit Leise du kannst du finden wo 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 das ist ach aber das bei jahr da ich hab schon um und wird noch das wird das Leben so ich habe ihn und liebte diese jährige aber es ist 10 Minuten erstmal Schluss machen Denk an Arsland Verdammt wo sich abgeknappt muss man über durch die Beier durchkommen die Bordnen die Bordnen das ist das immer Spiel dort getroffen Lange drücken, hinlaufen, hinlaufen und Y drücken, jetzt, genau. Und Y hintereinander. Da tust du ihn niederprügeln. Buh, gekriegt. Wird besser. Das kann über die Kalierenspringen. Nein, scheiße, daneben. Mach hin, mach hin. Noch neun Sekunden. Acht, sieben, sechs. Nee, komm her. Ah, einfach nur sechs Sekunden rausgekloppt. Mach, jahle. Nein. Nein. Strei. Du grad mal ehn. Hallo. Hallo. Ich bin nicht mehr. Ja, hinsen. Nur weil ich das große Vieh genommen habe, nicht das Kleine. Ja, hau das Kleine ist halt schnell wendig und kann Kleiner auf immer treffen, wenn man schaffen. ich bin nicht mehr so weit wie ich bin. Ich bin nicht mehr. Wville ist bei Gott. Ich bin nicht mehr. drei sekunden raus geschlafen schützt und alles ein und ich hab das geschützt und mitgenommen ich hab neue klassenfeil geschaltet jetzt geht's los und wiederum geschützt mitgenommen was soll denn der Kack vorweg springt noch mitgekriegt los 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 jetzt muss auch was mehr gehen die 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 m eine Fieber aber ich habe jetzt meine zweite Reihe an den Monstern die Stilie unten du ruhig nicht Blatt Mauer ins er sei wohl vor Ort in dem kann ich nur ich will anbauen wieso ich habe noch nie ich habe noch nie ich habe noch nie Entschuldigung ich kann nicht mehr wenn ich selber das kann dann nehme ich halt die Mauerler So, jetzt komm ich an hier! Sieh! Jolte! Baaah! Kacka! Hure! Uuuup! In der Neue noch! Kacka! Verdammt! Da war ein Scharfschützengewehr irgendwo! Hat mir nur Hilfe weggeschossen! Was haben wir noch? Kantus! Achja, ich kann dich wiederbeleben, weil du sterbst! Kurz vorm sterben bist! Oh! Will ich grad mal heilen! Ist nicht geil! Ist mir nicht eh ok! Hier ist grad noch einer! Ich tu grad hier! Warte, ich tu grad den Prügel! Ich hab grad den letzten niedergerungen! Aber mit dem kann ich dich wenigstens heilen! Du brauchst das ja öfters, das heilen! Hahaha! Jetzt wohl schwer ist das meine... Oh Gott, ich wollt' das auch nie machen! Oh man, das wollt' ich eigentlich nie machen! Scheiße! Hä, ich hab's nicht mehr! Äh, komm! Ja, ich brauch das Opa! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! das ist gut ja die Scheiße ja ich hab gedacht ich hab dich noch vergessen wir auf Nachladen zu drücken das wer der heilen kann den ich hier gerade immer so nehme verdammt noch 7 total nicht mehr viel Zeit schneller kurz rüber hier muss vorbei zeitig hoa aufgetrocknet oh da randet doch gerade hin so kann wieder hin noch weg noch hin so 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 weg so weg immer noch da hoch 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 und das ist ein bisschen was zu reisen hier auch ergebnisort sie hoch hoch bis vor hinten war Hau, ich habe meine Fiesse... Guck mal was ich hier habe. Na mein Falsenfiesler. Wenn ich immer so ganz gespielt habe. Geil. Kann ich zweimal einfach mal so drauf. Sind die tot? Und der spürt, sie können sie nicht nur töten, wenn sie meinen Schwanz dafür liegen. Das ist aber gerade das Beste. Wenn die auf den Kopf schießen, klingt das vor nichts. Jetzt läuft hier nur rum und sucht hier irgendjemand. Na, kriegt gerade. Könnt man sehen. Noch einer. Wo? Hast du? Ich hätte gedacht, du hast ihn. Was ist das? Auf der anderen Seite. Genau da, wo die... Ich bin auf der falschen Seite hier. Ich muss aber wieder rüber. Komm, hofe. Das ist jetzt unser Gefecht. Ich bin damit so. Ich bin kaputt. Ich hab' ich kaputt, Junge. Welle 5. Zu wenig Zeit. Ich renn hier rum und so rum, wenn sie Gegner. Oh. Ach so ein Flammenwerfer. Ich bin gerade hier angerannt. Aber ich hab' ihn. Oh, wo kommt sie mehr? Ich bin. Ich bin jetzt ein Flammenwerfer. Ah, ich bin jetzt noch ein Kdo, ich bin ein Kdo, ich bin ein Kdo Ich bin ein Kdo, ich bin ein Kdo Ah, Affe. Verdammt, ich komm hier durch. Alter, hab ich hier rumgesprungen. Alter. Nein, ich pack gleich ab hier. Oh, Hilfe. Jetzt über die Mauer. Du ja. Kannst du jetzt mal stehen? Der Kille? Jetzt ist er, ah man. Was geht's doch? Noch eh noch. Wo ist denn der? Jetzt ist der Barriere. Juch. Das kommt gut. Komm nicht so gut. Ach, die Mauer sind so fein. Zwölf Wellen sind es insgesamt. Welle fünf auch schon mal. Also nur noch sieben. Das schaffen wir. Wenn wir hier da, wenn ich hier noch meinen Berserker dann rauskriegt, live. Ah, das ist ja nicht gut. Den hab ich gerade. Den ersten, den. Hey, kommt der vorne durch. Ich weiß nicht. Komm nicht durch. Komm nicht durch. Wo tut ich? Ah, ich hab gerade den angekommen. So. Oh. Oh. Ich hab jetzt nicht mehr. Mann. Jetzt았어요. Kann ist die Frage schon wieder zu. Rules. Nein, ich bin tot. Ich bin grau und Mama. Jetzt komm... Nee. du hast du das tut ne ich bist du auch nicht hu 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 äh ich weiß ich hab einen Kanadwerfer du musst du nachladen ne dieses Timing Teil das wurde was jetzt kommt mit einem Kahnkästchen RB drücken genau, da tut er nämlich wieder normal was jetzt gehts los hier oh der ist so geil ey du siehst zwar kaum was aber der ist so genial er kann durch alles furcht werden sterben tut er für so gut wie gar nicht das war die Ballerweißen das war übel schwer zu steuern wenn du losrennst weißt du da kannst du so um die Kurve du bist du auch das Ding auch so geil was du noch nicht muss er grad was machen hier kommst du ein bisschen in die Kurve dann kannst du dich alles ruhig machen egal was du bist einfach nicht ja das ist doch nicht ich bin ich bin ich bin ich bin dass du nicht ich bin 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 Ich weiß nicht, ob dein Panzer etwas Besonderes ist. Ich kann es nicht auch... Nein! Oh Gott! Was ist denn der Kack? 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 Ja, sie haben mich wirklich mit dem Boomshut umgebracht. Ach man! Nehmen wir mal Armour, heilen, wiederbeleben. Oh cool, ich kann dich heilen und wiederbeleben, falls du mal abfasst. Heilt dich frei. Ah, will ich nur heilen und wiederbeleben. Ah, will ich nur heilen und wiederbeleben. Was wollen wir mitmachen hier? Oh! Ich hätte da ein bisschen wiederbelebt gerade. Gut, ich hab noch ein bisschen schnell den mitgenommen. Heilen und wiederbeleben. Ah! Wollte ich gerade heilen? Nein! Ich muss halt das nervig. Oh! Da wird gleich. Oh! 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 Das ist das! Oh! Oh! Halt, Junge. So, jetzt kann ich mir nur noch nicht gleich gut. Nö. Nö durch. Mach nur jetzt halt den Weg frei. So, dann kann ich keine Kompetenz. So, 1 haben wir schon. So, jetzt kann ich kein Sting durch. Oh, jetzt kann ich kein Sting machen. Okay, dann muss ich doch. Ich heil dich mal. Verdammt, ganzer, tot. Denk an, dass er umfüllt, um dich zu schützen, ja. Genau so. Was? Geist du? Geist du? Alter, wir haben's frei. Zeit, mach. Ich sterbe bloß. Geist du? Das hat's mir alles viel gelacht, gell? Geist du? Ah! Da waren wir tot! So, da würde ich was sagen, wir machen mit dem anderen Modus. Wir haben wir wirklich jetzt 50 Minuten mittlerweile? Sieht so aus, ja. Mein Gott. Da würd's mal sagen, tu mal erst mal hier einen Cut machen. Und ich würd mal sagen, wir sehen uns bei dem nächsten Let's Battle wieder. Ja, dann würd's mal sagen, tschüss. Von mir, dem Ramp. Big Show. Big Show? Jetzt bist du für immer Big Show, oder wie? Alter, der hat so viele Nicknames hier. Ja. Mann, Mann, Mann. Ich kann nur noch mehr. Ich will es aber. Kann mehr ganz durcheinander. Nein. Big Ram. Ja. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.